100 Mal Rapid-Viertelstunde auf W24. Vom Abschiedsspiel im St. Hanapi bis jetzt. Unser Leben in grün-weiß. Von den großen Emotionen bis zu den kleinen Freuden. Da sind alle Namen drauf. Der Steffen Hoffmann, der Mario Sonnleitner, der Jan Nobotter. Ein Verein zum Anfassen und seine Stimme. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wünschen Andi Marek zur 100. Sendung der Rapid-Viertelstunde auf W24 alles Gute.